Hallo, wer bist denn du? Ich bin der Andreas Olek. Und was machst du so hier? Was mache ich so hier? Bücher verkaufen, genauer gesagt. Bücher, die ich selber geschrieben habe. Nein! Ich tue jetzt mal hier so in dezenter Manier. Willst du was hochhalten? Sehr schön. Muss ich die dann einfügen? So mit Glitzer oder irgendein Sternstrahl. Ja, so einwandig. Flimmer, Glitter. Ja, ich gebe mir Mühe. Überfordere mich nicht so. Du hast schon ja gesagt, du darfst nicht mehr Nein sagen. Von jeder Farbe ein Zettel. Vorrecht. Ja, zieh gleich mal alle raus, sonst krieg ich so einen schweren Arm. Ja bitte, gerne. Einmal blau. Aha. Einmal rot. Ja. Einmal cool. Sehr schön. Gut. Irgendwelche Wünsche? Vorlesen beantworten. Sonst nichts. Mal an blau. Gut. Nach einer durchfeilten Nacht bemerkst du, dass Montag ist und du zur Arbeit musst. Du hast die Wahl zwischen Kaffee, einem Energydrink und Tee. Worauf fällt deine Entscheidung? Gut, ich hatte natürlich den Vorteil, meine Arbeit ist das Autoren-Dasein. Ja, das heißt, im schlimmsten Fall wird der Text ein bisschen morx und die Charaktere sterben. Oh Gott. Ich übernehme ich mal den Tee, da ist es dann nicht ganz so extrem. Gut. Ja. Okay. Du weißt, dass das die perfekte Überleitung für deinen Energy gewesen wäre, ne? Ja, den Energydrink, wenn du den schon ansprichst, ja. Den haben wir nämlich extra für die Serien auch extra gemacht. Halt still. Ich habe schon wieder falsch, ich zoome immer in die falsche Richtung. Der ist wunderschön grün. Mir wurde auch gesagt, dass der möglicherweise irgendwann heute irgendwo verlost wird. So, ja. Aber ich würde ihn trotzdem nicht morgens nachher durchfeilten Nacht trinken. Ich glaube, das wird mir nicht gut riemen. Okay. Okay, ich nehme mal den nächsten, ja? Ja, grün, wir bleiben. Das ist so warm. Verrate uns deinen fantastischen Wunschbuch. Drachenreiter, Hogwarts-Professor oder Shadowhunter. Oder, gut, ich meine, im Prinzip habe ich ja als Weltenerschaffer, Weltenerfinder, habe ich ja schon einen fantastischen Wunschbuch, ne? Aber so mal in die Geschichte eintauchen, Magier, ja. Warum habe ich nicht? Ich glaube, Professor ist gar nicht schlecht. Ja. Professor der Magie. Mhm. Weil ich glaube, meine Schüler hätten echt viel Spaß. Ja. Ich will nämlich mehr Flausen im Kopf haben und mehr Schabern. Ja, das bestätige ich jetzt mal so. Und, ja. Kann man machen. Sehr schön. Okay, die dritte. Was ist rot? Messebezogen. Messebezogen. Das ist das Thema Essen. Lies erst vor. Pass auf, wenn die das ist, dann falle ich unter den Tisch. Thema Essen und Trinken kannst du dir empfehlen. Sehr schön. Gut. Also hier haben wir natürlich den großen Vorteil. Ja. Co-Autorin hier hat eine ganz, ganz liebe Mama. Ja. Und die hat uns hier versorgt mit Süßigkeiten, mit Brötchen, mit Kaffee, mit allem drum und dran. Obstsalat ist sogar dabei. Das habe ich gerade schon gesehen. Ihr habt lustig da drin rumgepiekst. Also die anderen. Ich esse es ungesunde, ich esse die Muffins und die anderen essen das gesunde. Das ist der Obstsalat. Legt eine Weintraube oben drauf, dann kriegt das Ganze einen gesunden Charakter. Ich hatte eine Paprika. Ja. Gesund. Genau. Also ich habe vorhin ein schönes Wurstbrötchen gegessen. Von hier? Von hier habe ich dadurch, weil wir ja selbst versorgt sind. Okay. Kann ich also leider gar nicht. Nein, alles in Ordnung. Ja. Super. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Das war's auch. Bye. Ende. Vers livelihoods. Er يع Ouwe.